Die ganze Branche steht vor vielen Herausforderungen. Die Digitalisierung ist ein davon. Und ich habe mir vorgenommen, zusammen mit den Partnern und mit dir diese zu meistern. Diese Ziele erreichen wir nur gemeinsam, als Unternehmen mit all unseren Partnern und Mitarbeitern. Für mich bedeutet die Scholz-Haare-Partnerschaft Familienzusammenhalt, Sicherheit und persönliches Vorankommen. Besonders gut an der Partnerschaft bei Scholz-Haare finde ich den stetigen Austausch mit der Scholz-Haare-Community und dass die Leidenschaft und der Wachstum nie zu Ende geht. Ich bin Scholz-Haare-Partner geworden, weil ich dadurch die Chance habe, selbstständig zu sein, ohne dass ich komplett auf mich alleine gestellt bin, sondern immer einen starken Partner an meiner Seite habe. Ich liebe an Scholz-Haare den familiären Zusammenhalt zwischen den Partnern und Mitarbeitern sowie die vielen Innovationsmöglichkeiten in der gesamten Community. Die Scholz-Haare-Partnerschaft bedeutet für mich absolutes Vertrauen und Wachstum in die Zukunft. Und ich bin einfach stolz darauf, ein Teil davon sein zu dürfen. Das Besondere am Newcomer Salon ist, dass Sie Azubis eigenständig in Ihren Kunden arbeiten können und damit sozusagen Berufserfahrungen sammeln können. Falls Sie Fragen haben, können Sie als Trainer auf Frau Gentile oder mich zurückgreifen und wir helfen tatkräftig. Wir sind Scholz-Haare. Unsere Gäste sollen bei ihrem Besuch ihre Seele braumen lassen und die Zeit genießen. Dafür brauchen wir einfühlsame und kompetente Mitarbeiter, die richtigen Dienstleistungen und eine entspannte Atmosphäre. Das Ergebnis ist persönlich, individuell und stilsicher. Und das seit 70 Jahren. Wir sind die zweite Generation. Die Leidenschaft für unsere Gäste und Mitarbeiter liegen wir sehr am Herzen. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe unsere Gäste von Deamhaar! Ich liebe meine andere важно щоile